ARD Text im Auftrag von Funk Ja, ja, ja das ist gut. Oh, meine Knollen sind so cool. Wir müssen... Ja, brechen sich von hier. Ja das sollte schon länger. Du musst uns gleich so ergrenzen zum Spawn. Salvador! Uigan, du 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 wohnen! Hey CJ- Woah! Alter! Loh, jetzt sind sie doch Paw Turtles. Schau ja, es sind wirklich viele Low-Levels hier. Hey, Spawn uh! Oh nein, Nein, Shit, es kommt ... Nein, aber es ist nicht da dran ... Nein, mit ... Das ist sicher wieder der Schau am Weg, verpiss! Nein! Jetzt bin ich ein Scheiss... Ach du wärst eh drück Wow! Nein! Wo komm her kannst du da gescheitert? Warte schnell, ich kann ihn noch schnell wegfahren Warte schnell! Ich bin dann! Gut, los! Nein! Nimm den Schauf, nimm den Schauf Wir gehen links um Probieren ein bisschen Aber ich gehe noch nicht zu hoch Und dann ist es noch 2 Perfekt, er könnte es nicht sein Und dann sind es noch Noobs im Gegner Team Schau, der beste ist bei Ihnen Colonel 40 Wahrscheinlich ist das kein Jet-Car Warte, fertig! Wenn ich die unteren treffe Nein! Nein, er dreht ab! Er dreht ab! Wieso dreht er ab? Aber ich gehe jetzt nicht zu fest ins Bohnen Das ist gut Der Tank hier Warte schnell, ich habe das Gefühl Das ist die Luft am Ende Ich kann nicht sparen Nein, das ist... Warte schnell Wenn ihr uns sehen, sind wir tot Ja, wir sind tot Wenn wir sie nicht tot Loll, wie blöd ist der? Okay, geh... Oh, dort auch nicht Wer die Viper soll hinwegern? Oh ja, sie hat gerade eins auch Nein! Nein, nein! Geh rechts! Drei rechts ein! Drei rechts ein! Drei rechts ein! Da! Ja, da ist der Jai! Nein! Nein! Nein, ich steige aus! Ähm... Wo haben wir da? Wo haben wir da? Wo haben wir da? Wir haben ja immer noch den Jai und zwei Tanks Tank! Nehmen wir den! Oh! Scheisse, das ist die Stationär Tank habe ich getroffen! Gut Ja, das ist die Stationär Okay, hast du ausgestiegen Nice Ah, war ein bisschen zerstört Aber nicht Kill bekommen Du bist... Ja, ich habe mir etwas zu wenig gegeben Ich habe nicht gut getroffen Was? Also, komm, drei Oh nein! Bei A ist einer! Warte schnell! Da habe ich vorne einen Häuschen gesehen Oh! 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 Einen habe ich! Einen habe ich! Einen habe ich! Ich habe bei 92! Chat! Jawohl! Ja, perfekt! Warte, schau! Ist die Luft da weg? Nein! Nein! Aber den haben wir auch! Tropfen! Kampf und Feige! Tivi hat dich getroffen! Riesenlag! Ah, gerade! Ausgestiegen! Ja! Fuck! Ich hätte mich auf einen anderen konzentrieren Weil du hättest den Ärmer verwirrt Aber es sind doch beide tot! Nein! Jetzt sind beide tot! Oh! Das ist die Luftabwehr! Das ist die Luftabwehr! Also stationäre! Nein! Die fahrende! Die ist wieder gespawnt! Jetzt kannst du hier hinter dem Hügel drehen Und dann kann ich die Tivi geben Ja! Ja! Er will! Er will! Ah! Fuck! Nein! Nicht getroffen! Und den Little Bird! Und wir nehmen den Little Bird! Oh! Ich weiss nicht! Gehen wir auf die... Ja! Es ist schwierig! Sie schiessen beide auf uns! Ich schaffe es! Vielleicht kann ich ihn erfassen! Jetzt hat er den Flares gelassen! Nice! Jawohl! Die zwei Raketen habe ich getroffen! Das war schon! Es geht auf den Little Bird! Ja! Trafen! Ohohohoho! Nice! Ich glaube, was für die Luftabwehr... Ja, egal! Jetzt können wir heute ein wenig rappen! Oh! Also einfach schnell wagen! Also einfach! Ja! Kannst du dich drehen? Dann könnte ich noch die Tivi geben! Siehst du dich? JET! Oh, JET! Wenn ich dich Eipfler wünsche... Nein! F***! Alter! Der! 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 Ich habe sie nicht gesehen! Tänk links! Ghen wir auf den? Nein! Ich geb jetzt die Tivi schnell! Wenn du jetzt einen Breichst, gehen wir auf den! Ja, nein! Die! Ah, du willst jetzt rüber! Wenn der Tank hat aufgepasst, wäre man so etwas von da oben. Easy watch now. Wo ist sie denn? Gau. Ah, da! Ah ja. Kampf um Feig. Da hat er keine Flares. Sieht so aus. Jawohl, ich habe einen Bericht. Nein, mit der Tivi hatte ich auch noch einen Bericht. Hier ist auch ein... Ah, da ist Tank. Nein, da ist ein Ei Ei Ei. Nein, da ist ein Ei Ei Ei. Nein, wenn... Ei, aber zum Glück... Das können wir sonst nicht machen. Wenn die Ei Ei mehr getroffen hat, ist Kampf um Feig. Ich gebe Tivi den Stand. Glück zu Glück. Also ja, zum Glück habe ich recht gut getroffen im ersten Anlaufflug. Oh, das ist... Okay. Achtung. Oh, das wird super knapp. Sehr gut. Sehr gut. Ich fliege sonst. Ah. Kannst du noch fertig greppen? Wir bränen noch. Gut, komm ich fliege sonst. LOL! 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 Tabu! Ja. Wir sind gut. Fuck! Shit. Sorry, Mann. Sehr gut. Ich habe nicht den Triple Kill gemacht. Hier, siehst du an. Nein! Nein! Fliegst du? Ja. Oh nein, Mann. Nein! Nein! Äh! F*** dich! Ich habe ihm vorher auch Platz gemacht. Ja, er schreibt Move. Deine Mutter Moved, Mann. Hey, aber ist das nicht der schon heute? Nein. Ja. Ja. So. Jetzt beginnt er Mühe. Er anfängt an die Ferse. Oh nein, er startet CRM. Nein! 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 Es geht zwar ein wenig lang, dass die Vipers bohnt, aber äh, sorry, sorry. Sorry, sorry, ich weiss nicht. Mal mal. Wenn er... also. Naab! Weiss nicht, ich kenne viel Musik, ich kann nur, aber das ist verkehrt. Ich habe mich auf so eine Naab, man. Nein, ich habe mich auf so eine Naab. Naab, da geht es nicht. Mhm. Ich bin in. Schnell, schnell. Ey, das glaube ich nicht, man! Ist es der? Ja, bitte der gleich, man! Sag es da raus. Hey, man! Mal, sag, oder sonst ist du einfach... Ey, stürzt wieder ab, bitte! Aber ich bin jetzt leider... Nein, jetzt hat er uns Flanker gefickt, Mann! Ah, Vipers! Shit, 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 shit! Boom! Shit! Das ist jetzt riskiert! Ey! Das ist jetzt nicht wahr! So schreibt er immer so, fuck you! Aber... Du... Okay, ähm... Ähm, das... Nein! Wir steigen aus! Aha! Aha! Dann wollen wir so gleich bleiben! Nein, wir können wechseln! Nein, nein, sonst verlieren wir nur Zeit und fliegen immer so! Okay, ich gebe den Tank auf die... TV auf der Tank, besser so! Wie hat es noch gerade getroffen? Ah, nicht offen! Ah, nicht offen! Zerstören! Oh, schau mal, wie viele Leute hier sind! Oh, schau mal, wie viele Leute hier sind! Ja, das gibt es 100 plus! Uuuuh, 100 plus! Fuck! Jetzt machen wir AC 130! Ey, ich treffe niemanden, ich bin unfeig! Oh! Oh! Oh, shit! Ich sollte noch die Musik abstellen! So! Jetzt gehöre ich nicht mal wieder! Shit! Wenn sie so kommen, musst du aber gleich die TV geben! Ja! Nein, fast der Little Bird trafen! Yes! Der Kampf vom Feigel hat einen gekillt! Komm, bräuchst! Oh, oh! Der hat etwas geschossen! Ah, das ist ein... Machine Gunner! Loh, der hast du jetzt gerade Huren aufgespickt! Los! Demo! Ja! Ja! Du hättest nicht sehen, was das für eine Lag ist gewesen! Ohne Scheisse! Ich bin etwa noch... Ja, ganz einmal über dem Boden... ... habe es so locker aufgefangen, du Hyper! Also... Aber... Land jetzt da hier! Fein! Repair, repair, repair! Nein, ich habe keinen Bill! Repair-Tool dabei! Ich habe 10-4-Vito-Marsch! Sigi! Oh-ohh! Oh-oh-oh! Oh-oh! Ey gut, jetzt können wir sogar noch wechseln! Aber hier können wir auch einen nicht mehr rauf! Sigi! Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Der Berndand! Oooo... Oh-oh-oh-oh! Hei, aber nicht... Der ist irgendwo ein Sniper! Fuck-i! Ey! 0! Bist du jetzt... Nein, dort ist er nicht mehr! Sehr schnell! Achtung, Lil Bird, Lil Bird, Lil Bird. Ah nein, Vipers sogar. Wow, ich habe das Gefühl, es ruft aber. Jetzt fliege weit weg, weil jetzt haben wir die Vipers am Arsch. Nein, das ist das Ding, das ich unter einem Nadar-Ruf erfasste. Oder Ding, wie heisst es? Soflam. Jetzt hast du gedacht, du fliegst in den Pfosten rein, aber als Gunner ist es etwas im Kling. Nein, es hat gelangt, hast du es gemerkt? Schau, jetzt verlieren wir ihn. Oh, da unten ist sie. Nein, was? Ah, schau mal nicht. Ich drehe ab. Oh shit, siehst du das? Oh lol, wir haben ja noch 17 Tickets, also die Gegner haben noch 17 Tickets. Du kannst in die Nase hoch, dann kannst du gleich wieder hinter den Berg tauchen. Die ist schon halb kaputt. Ähm und nicht. Zerstört, Hilfe bei Kill 91 lol. Ah, der Jet hat ihn vielleicht noch genommen. Ah, nice. Hey, wir sind gerade vergessen. Was hörst du da noch Leute? Ah, Tank, 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 PC. Ich bin so auf der Nähe Distanz TV. Aber da kannst du dich gar nicht mehr lenken. Du musst einfach, wenn du drauf bist, bist du mit dem Pfaden für uns. Oh, da unten sind jetzt noch ein paar. Ok, das sollte jetzt für den Kufen. Sonst können wir diese RPG ziehen. So, da unten ist noch einer. Nice. Ah, ok, ist jetzt noch eine geile nächste Runde gewesen. Okay, es war jetzt noch eine geile nächste Runde. Jetzt haben wir noch Verrschte, sonst können wir die RPG ziehen. Juhu! Wie hast du 15 Kills gemacht? Jaja, die haben als Ganner noch recht aufgeraubt. Ja, muss. Ja, muss, ja. Warte schnell, bist du in der Nähe vor dir? Warte, scheisse nicht, ich komme mit 10-4! Ich komme mit 10-4! Oh ja, komm, komm! Warte, hier ist gleich ein Tank! Hier vorne! Oh fuck! Sie ist da! Schlimm! Getroffen! Oh fuck! Pass auf! Nein, er hat mich! Aber du hast eine Kante vom Feig! Bleib am Leben! Bleib am Leben! Bleib am Leben! Sie kommt! Ich habe das Gefühl! Oh, Viper ist gespannt! Er ist ausgestiegen! Ja, ich bin alleine drin! Flieg fort! Warte, ich komme dich auch abholen! Warte, ich komme dich auch abholen! Lauf ein bisschen auf das Feld vorne! Ey, sicher nicht! Es schafft... Ja, jetzt einmal... Warte! Oh, Buggy, Buggy! Warte schon! Hat er kassiert? Hey, wenn der Braille ist... Warte! Warte, da ist das... Wirklich ein bisschen riskant... ...dass kommen abholen! Scheissigau! Ah, da ist er! Fuck! Warte! 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 Oh, die hat uns fern gesehen! Oh, shit! Jetzt bin ich natürlich... Nein! Hast du mich verarscht? Oh, Mann! Nein! Nein! Hahaha! Ja, Alter, wenn ich genau ins Polen hineinflüge...